Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Wie schon in der letzten Folge angedeutet, habe ich jetzt das gesamte Team gleichermassen mit Less Lethal und Lethal Waffen ausgestattet. Und mal schauen, ob wir jetzt hier im Mindshot Data Center auch Leute verhaften müssen. Wenn ja, war das vielleicht eine gute Idee, wenn nicht, war es unnötig. Aber egal, mal schauen. Zinuos Trail, a data storage facility run by Mindshot, scrubbed IPs from content found in the residence of a now convicted pedophile lead to the distribution source of explicit child pornography. Okay, da hat es ein bisschen zu viele Fremdwörter, von daher... Auf jeden Fall haben die IPs abgegriffen, mit pornografischen Inhalten gewunden. So in etwa Kurzform. Ja, let's go. Mal schauen, wie das läuft. Zwei Leute haben jetzt... Eine Person hat jetzt eine Less Lethal Shotgun. Und ich inklusive jemand anderes hat... ...die Pepper Gun. Und jemand hat noch eine Shotgun und eine MP5, glaube ich. Right? Roger, I'm coming to you. Suspects have a foothold in this area. Okay, ne, Assault Rifle und Shotgun. Entry Team, you are clear to proceed with the mission. Ja, nein, jetzt müssen wir niemanden Bestimmtes verhaften, da wäre es jetzt unnötig eigentlich. Aber gut. Susan, this one is from our last trip. Look at how our baby grew up from a year ago. Mindshot Data Sensor. Ist es schlau, vorne reinzugehen? I don't know. Ich habe die Map hier bloß einmal bisher gespielt. Von daher... Weiss ich auch nicht genau, wo es hier Zugänge hat. Very cheap. Like new servers and PCs for sale, great deal. Auf jeden Fall hat es da noch einen Container. Okay, der ist abgeschlossen. Ist doch schon mal was. Hey, kannst du mich hören? Hörst du mich? In hier! Pssst. Man kann aufs Dach hoch. Man kann aufs Dach hoch. Da bin ich jetzt interessiert dran. Was bringt uns das? Okay, da ist ne Tür. Ich habe natürlich wieder vergessen, dass jemand Türkeile mitnehmen sollte. Sehr schlau. the way. Die haben Rüstungen. Das war behindert von mir. Shit. Sorry. Behindert sollte man nicht sagen. Doof. die Rubble Bullets und so weiter mitzunehmen, das ist bescheuert. Steht natürlich nicht bei der Missionsbeschreibung. Sehr gut. Kann es gut sein, dass wir sterben werden. Der lebt sogar noch. Ihr bleibt hier, rotes Team mit. Okay, sonst sieht es hier oben safe aus. Ja. Das war natürlich ein bisschen doof, dass wir hier jetzt so laut rumgeschossen haben. Da weiß natürlich jeder, dass wir hier sind. Man könnte plötzlich von hinten angreifen. Was ist das für eine Tür? Also doch, ich glaube hier oben ist eigentlich ein... Okay, eine Person, zwei Personen zumindest. Und nicht sogar mehr. Okay, da draußen ist zumindest niemand. Um... What the hell? Hands up, above your head. Hands up, above your head. Hands up! Put your hands up! Move to my front. Move to my front. Down on your knees. Make him secure. Und nicht mehr. Hickel. Hickel. Von wo? HALF! 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 Leute! Ist jemand schon tot? Ich bin auch gleich tot! HALF! Wir haben jemanden verloren, oder? Ja, wir haben jemanden verloren. Lass mich doch tun! Lass mich doch tun! HALF! Suspect killed. Talk to element. Roger that AG Team. Tag him. Talk to element. Roger AG Team. Notifying medical. Restrain targets. HALF! Shit! Gut! Ähm... Hubquartier. Ich mach kurz einen Break. Ich muss die Leute hier anders ausrüsten für diesen Job. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Andere Taktik. Talk to element. Entry Team. Suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Alle mit Schusswaffen und Schalldämpfern in der Hoffnung, dass uns niemand hört. Was nicht gut lief. Was nicht gut lief. Fuck. Natürlich muss jemand rauskommen. Get down and show me your hands! Get down and show me your hands! Go! Mach ihn sicher! Alright Leute. Rein, 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 rein. Mach ihn sicher! Ich habe dich. das lieb scheiße hauptsache ich habe irgendwie schon ein ganzes ein ganzes magazin schon weggeschossen als ob das jetzt niemand gehört hätte aber ich mache das gleiche nochmal oben reingehen würde ich sagen oder zumindest das dach das fand ich eigentlich eine gute shit dass die tür offen boah er schreckt mich doch nicht so cover me stay on me hands up cover me oh ich habe Hände auf! Police! Get down! Cover me! Ist das die Polizei? Danke Gott! Alright, ihr bleibt hier mit der Kutz. Das Dach ist gesichert. Ich glaube, es läuft doch ganz gut mit dem Schaldämpfer. Ja, Moin! Der Dämon hat sich in sich... ...in ihm ausgebreitet. Das ist ja schlimm! Auf mich! Ich komme zu dir, Sir! Wer ist da? Niemand! Soll ich jetzt hier oben reingehen? Könnte ein guter Access Point sein. Nach links sehe ich absolut gar nichts. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Police sind hier. Alter, mach der einfach vor mir die Tür auf. Okay, eine zivile Person drin. Ähm... Rotes Team, cover uns, blaues Team, Breach, C2, Flash. Da gehen wir jetzt einfach mit voller Karacho rein. Oh ne, jetzt hab ich den Zivilist umgebracht. Roger that. Medical Assistance is standing by. Lowlight deployed. Ich dachte, das wird ihn nicht umbringen. Fuck. Okay. Police! Hands up! We have a civilian down here. Need medics now. Talk reporting. Copy. Take them out. Roger that. Get down! Down on your knees. In here! On the move. Hands up now! Hands up! Fuck your head! Hands up! Make them secure. Restrain targets. Restrain targets. Shit das nicht. Contact is restrained. We have a suspect down here. Lead medics, aid that. Tramlight out! Talk to entry team. Sorry man. What I gotta do. Sounds alles clear here drin. Talk reporting. Roger. Trailer's inbound. No. No. Kick die scheiss Tür auf. Roger. On the move. Jungs! Geh in Deckung! Cover me. Going and gone. Ich spiel das so beschissen. Unglaublich wie schlecht ich bin. Man, light out. Provide Cover. Absolutly. Okay. Okay, da ist bloß ne Treppe nach unten. Copy that. It's open. We're good to go. Cover this area. It's open. We're good to go. Open and clear. Yeah, copy that. Digga nach draußen, ja. Roger that. We'll take care of it. Blue light deployed. Blue light deployed. Open and clear with flashbangs. Alright, copy that. The bang is ready. Go, 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 go. Alright, light stick out, sir. Alright, light stick out, sir. Cover me. Moving up. Shit! Es sind so viele Türen. Ich habe so ein Problem hier. Mal an idea! Uh... Vlog, come to Luna? Good. Roger, go ahead. Die Trailer stehen neben mir. Geh da oben. Provide Cover. Copy. We're moving out now. Deploy Flashbangs. Bang is wetting. Bitte Leute, gut. Move to my front. Get in there now. Das ist ja so ein Labyrinth hier. Police, hands up. Drop your weapon. Put your hands up. Move over there. Make him secure. Put your hands up. Restrain targets. I said now. Talk reporting. Roger. Trailer's inbound. Deploying Chemlight. Post up and cover. Copy that. Shoot the lock. Then clear. Okay, roll this team. Follow me. Get out. Bye Chemlight. Roger that. Medical assistance is standing by. Samurai out. Police, hands up. Suspect is bleeding. Make him secure. Talk to high ground. Copy. EFTs and trailers are standing by. Need medics ASAP. Talk to entry team. Copy. Clean house. We'll take them out. Copy. Coming to you. Okay. Here is all safe, Leute. Okay, here is the Treppe. Open and clear. Use a shotgun on the door. Alright. Roger that. Deploy gang! Bang is ready. Bang is ready. Move to my front. Move to my front. Got you. Get down. Okay. Get down. Get down. Okay. Clear light. Out. Fall in. I'm right with you. Move over there. Cover me. Copy that. Move it now. Provide cover. Okay. Going and gone. Mirror for contacts. We didn't break the mirror gun. Provide cover. I'm on it. Mirror for contacts. We didn't break the mirror gun. Cover this area. Absolutely. Post up and cover. Affirmative. Junge! It's open. We're good to go. I'm going to go outside. It's open. We're good to go. Open and clear with flashbangs. Roger that sir. Ready and flashbang boss. Go. 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 Down on your knees. Get down. I want to see hands. Provide cover. Hands up. Hands up. Don't clean. Get down. With you guys. Restrain targets. Contact is restrained. Hands up. Do it now. Hey. Sorry man. What do I got to do? Talk to element. Roger. Go in. Go in. Get down. Great work. Keep going. Okay. I see no one. That's a difficult one. Move to my front. Moving up. Move over there. Get down. Get on the ground. Now. Provide cover. Roger. All that fancy stuff won't save you. All right. That's right. Come on here. Breach. C2. Stinger. Roger that. I'm not scared of you. I'm not scared of you. C2 salty now. No, wait. There's another point. Fire in the hole. Wait. Police hands up. No, they're fucking killed. Fire in the hole. Wait. Get down. I want to see hands. I want to take this guy here. Please. He will kill us. What? I want to take this guy here. What about this? Provide cover. Make a fire on the move. Fuck. Hey. Hey. Contact is secure. C2 sticking clear. Hey, I'm feeling so good. Talk to high ground. Copy entry team. Notifying trailers. Get up quick. All right, fire in the hole! Cover me! Moving up! Moving up! Down on your knees! Das ist weniger gut! Das ist weniger gut! Das ist weniger gut! Talk to Entry Team! Roger that! Medical Assistants is standing by! He's staying in, and he's ready for you! This is Talk! Affirmative! Make the same Talk reporting! Roger that! Medical Assistants is standing by! Hands off! Fuck your head! Cover me! On my way! Haha, be nice! Talk to Entry Team! Excellent work, Entry Team! Report to Center for debrief! Okay, wir haben's geschafft! Lief doch schon mal besser, aber doch nicht ganz so okay! Ein Zivilist habe ich doch umgebracht, oder nicht? Das? A plus? Nice! Ich dachte zwar, ich hätte jemanden, getötet, aber gut! Hat doch funktioniert! Schon besser als beim letzten Mal! Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen! Bei Radio Not! Haut rein! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!